Die sieben Psychopathen wurden in einer geheimen Klinik untergebracht. Was haben sie gemacht? In einem Kinderheim ein Blutbad angerichtet. Das ist kein Horror. Das ist echt. Wissen Sie, was diese Aufnahmen beweisen? Dass sie es damals tatsächlich gefunden haben. Das Haus habe ich schon mal gesehen. Wie denn? Du bist noch nie hier gewesen. Es war vor 21 Jahren, bei der allerersten künstlichen Befruchtung, da geschah etwas Seltsames. Aus einer Eizelle entstanden sieben Embryos. Tja, weißt du, Träume können manchmal Wirklichkeit werden. Da kann man sich schon erschrecken. Die selben Symbole waren auch damals in dem Kinderheim. Das ist ein magisches Zeichen der Maxi Tu. Ihr Symbol für das Böse. Das Zeichen des Bösen. Jetzt sag mir endlich, warum du dich hier versteckt hast. Und vor wem? Vor den Männern. ... ... ... ... ... Untertitelung des ZDF, 2020